Und dann die letzten Sekunden in diesem Match. Mannheim bringt den Punkt nicht weg. Richmond ist da. Passt quer. Und dann kommt die Scheibe zu Florian Busch. Der wartet nicht lange. Der schießt und markiert den Siegtreffer. Das 3 zu 2 für die Gäste aus Berlin. Alle Spiele der DEL live bei Telekom Sport.